Lustige Fakten über Olympia Kleine Zügel, große Probleme Bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris wurde Pferderennen als Disziplin durchgeführt. Dabei kam es zu einem kuriosen Vorfall, als ein Teilnehmer während des Wettkampfs einschlief, auf dem Rücken seines Pferdes. Pinguinschwimmer? Bei den Spielen 1904 in St. Louis gab es ein kurzes Rennen über 100 Meter Freistil nur für Schwimmer mit einem ungewöhnlichen Stil, der als Doggy Paddle bekannt war. Es war eher ein Gag-Wettbewerb. Die Marathon-Dusche 1908 bei den Spielen in London kam der italienische Marathonläufer Dorando Pietri als erster ins Stadion, aber völlig erschöpft und in die falsche Richtung laufend. Die Schiedsrichter halfen ihm über die Ziellinie, was ihm letztendlich die Goldmedaille kostete, weil er disqualifiziert wurde. Tag of War Tauziehen war tatsächlich von 1900 bis 1920 eine offizielle olympische Disziplin. Britische Teams dominierten das Tauziehen und gewannen mehrere Goldmedaillen. Eisiger Empfang Bei den Winterspielen 1988 in Calgary schickten die Organisatoren die Eröffnungszeremonie live über die Satelliten nach Australien, wo es mitten im Sommer war. Australische Zuschauer saßen in Badebekleidung vor dem Fernseher und sahen sich die Winterspiele an. Freundinnencu kop 46 47 45 !!